Unter dem grauen Himmel einer pulsierenden Stadt durchbrach ein durchdringendes Geräusch das konstante Brummen der Autos und Passanten. Anna, eine junge Frau auf dem Weg zur Arbeit, hörte ein schwaches Miauen aus einem Müllcontainer. Besorgt und neugierig näherte sie sich vorsichtig und schob ein paar Müllsäcke zur Seite, um ein kleines, neugeborenes Kätzchen mit geschlossenen Augen zu entdecken, das schwach miaute. Ihr Herz zog sich zusammen, als sie die Zerbrechlichkeit der kleinen Kreatur sah. Es gab kein Anzeichen von seiner Mutter. Anna wusste, dass es allein keine Überlebenschance hatte. Ohne zu zögern nahm sie das Kätzchen vorsichtig in ihre Hände und spürte den zitternden und schwachen kleinen Körper. Zu Hause improvisierte Anna ein warmes Nest für das Kätzchen mit Decken und einer Wärmflasche. Sie bemerkte schnell, dass das Kätzchen ein gebrochenes Bein hatte. Unerfahren, aber entschlossen, fütterte sie es alle paar Stunden mit der Flasche und stellte sicher, dass es all die Liebe und Pflege erhielt, die es zum Überleben brauchte. Am nächsten Tag brachte Anna das Kätzchen zum Tierarzt. Nach einer Reihe von Untersuchungen machte der Tierarzt eine überraschende Entdeckung. Es ist ein männliches Kalikokätzchen, verkündete er lächelnd. Das ist extrem selten und besonders. Nur eines von mehreren tausend Kalikokätzchen ist männlich. Fasziniert von dieser Enthüllung fühlte Anna eine noch stärkere Verbindung zu diesem kleinen Überlebenden. Der Tierarzt legte das gebrochene Bein des Kätzchens in einen Gips und gab genaue Anweisungen für die Pflege. Die Wochen vergingen und das Kätzchen, das Anna Mirak nannte, in Anlehnung an seine Seltenheit und sein wunderbares Überleben, begann sich zu erholen. Sein Bein heilte gut und er öffnete schließlich seine Augen. Die Smaragdgrün funkelten. Mirak wurde sehr an Anna gebunden und schnurrte jedes Mal, wenn sie in der Nähe war. Ihre Bindung wurde von Tag zu Tag stärker. Anna, die anfangs dachte, sie würde eine Familie für Mirak finden, sobald er sich erholt hätte, konnte sich ihr Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen. Sie beschloss, ihn zu behalten, und erkannte, dass ihre Begegnung Schicksal war. Mirak wuchs schnell zu einer jungen, liebevollen und lebhaften Katze heran. Er folgte Anna überall hin, hüpfte mit Anmut trotz seines einst gebrochenen Beins. Jeden Abend kuschelte er sich an sie, und sein beruhigendes Schnurren erfüllte den Raum. Anna und Mirak bildeten ein unzertrennliches Team. Die Liebe und Fürsorge, die Anna geschenkt hatte, verwandelten das einst verlassene Kätzchen in eine wunderschöne, selbstbewusste und glückliche Katze. Ihre Geschichte wurde zu einem bewegenden Zeugnis der Kraft von Mitgefühl und Hingabe. Das zeigte, wie eine gute Tat das Leben eines Wesens in Not verändern kann. Dieses Abenteuer der Rettung eines besonderen Kätzchens wurde zu einer Inspirationsquelle für alle, die davon hörten, und unterstrich die Bedeutung, den Schwächsten zu helfen und zu zeigen, dass jedes Leben, so klein es auch sein mag, es wert ist, gerettet zu werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.